Ich habe so eine blaue Pille gefunden. Wo denn? Ihre Apotheke. Für was brauchst du die? Ja, dass ihr wieder steht beim Checkerlen. Gib mal eine. Da riechst du. Wo? Ich glaube, du hast etwas falsch verstanden. Ich glaube, du hast etwas falsch verstanden. Die muss nicht schnupfen, die muss auch schlucken. Bei mir spielt sich das Schägerle nur noch im Kopf an.